So, heute im Test die Batterie Lili Magnoia von Jörgke Feuerwerk mit der Artikelnummer JW4057. Eine kleine Batterie, die es 2015 mit der BAB-Nummer auf den deutschen Markt geschafft hat. Ja, wie gesagt, kleine 16-Schutz-Batterie mit Kaliber 22 mm. Gucken wir mal. Hier die Angaben auf Polnisch. Interessieren uns jetzt nicht sonderlich. Hier die CE-Dummer mit NEC 254,4 Gramm. Import von Jörgke, beziehungsweise hier sogar angegeben als Hersteller. Wird aber auch nur irgendein Chinese sein. Effekt hier auf Polnisch, hier dann auf Englisch. Green Peony with Silver Stroke with Purple Tail. Red Peony with Crackling with Green Tail und so weiter und so fort. Also grüne Sterne mit silberndem Stroke-Blinker. Und lilanem Tail, rote Sterne mit Crackling und grünem Tail. Blaue Sterne mit wieder silberndem Blinkern und blauem Tail. Und gelbe Sterne mit Crackling und Lederndem Aufstieg. Hier die Angaben für den deutschen Markt. Hergestellt in China steht hier auch. Also Import Jörgke, Hersteller irgendein Chinese. Ansonsten auch nicht viel weitere wichtige Informationen. Wie gesagt, hat jetzt eine BAM-Nummer. Finde ich hier persönlich auf dem Artikel selbst noch nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das Ding grün in Polen gekauft habe und nicht hier in irgendeinem Shop. Hat aber auf jeden Fall jetzt auch eine BAM-Nummer. Hier halt noch eben die polnische Version, welche aber wie gesagt schon CE besitzt. Und auch Beschreibung in Deutsch. Gehen wir das Teil einfach mal testen. Gehen wir das Teil einfach mal testen.